Du bleib mal ein bisschen zurück. Ah ja, ist sicher. Ah, super sicher. Du weißt auch, ich vermisse meine Schrappen. Und weiter geht's mit Resident Evil 4. Ja, wir gehen mal schnell zum Händler. Verkaufen wir mal unser ganzen Kram hier. Der ist anscheinend jetzt aufgebraucht. Brauchen wir nicht mehr. Weg, weg. Diese beiden Dinge hier hatten wir auch fertig. Ja, ich glaube, das war's dann auch, ne? Ja. Danke. So. Und jetzt, doch. Jetzt verkaufen wir unsere Schrotflinte hier. Ja, komm. Machen wir. Weg. Und jetzt kaufen wir die hier. Ach. Das geht die Scheiße. Ja, Moment. Äh. Oh, ich kann jetzt nichts kombinieren. Ah, ich krieg die jetzt nicht hier rein, ne? Ach, Moment. Jetzt packe ich das Ding wirklich weg hier. Mir reicht das jetzt. Ich brauch Platz. Äh, Aufbewahrung. Weg. Spray lassen wir drin. Da haben wir hier auch noch eins. Ich glaube. Obwohl, nö. Ich glaub, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So. Und jetzt räumen wir hier kurz ein bisschen auf. Jetzt können wir den Schaft hier oben noch hin machen. Äh. Bisschen Ordnung muss sein. Ah, es ist wieder übelst heiß. Ich weiß nicht, wie lange die Folge heute wird. Aber vielleicht etwas kürzer als sonst. War das auch jetzt hier oder waren das zwei? Scheiße, das weiß ich gerade gar nicht. Hallo. Willkommen. Okay, zwei. Ja, ist okay. Ist okay. Ist okay. So. Jetzt müsste die hier hier eigentlich... Ja, ganz ruhig. Ah, das Ding hat den Namen Wummel doch echt verdient. Verarbeitet deinen Gegner zu blutiger Gritze. Ja. Tunen. Alles natürlich. Wir machen das Ding sofort fertig. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Die haben wir fertig. Die haben wir fertig. Und die. Was hat der denn noch? Gar nichts, ne? Alter, wir haben aber noch Kohle. Moment, ich... Sollte dir leicht fallen. Ich muss noch was verkaufen. Was kann ich für dich tun? Eine hiervon. Die Bolzen, weil ich den Platz brauche. Einfach. Aber dass er gar keine Munition verkauft, finde ich krass. Nö. Nö. Warum probierst du nicht meine neue Waffe aus, Fremder? Könnte dir das Leben retten? Ich hab nur die... Stirb mir da drauf. Bist du ein Witzbold. Ich hab gerade erst was Neues bei dir gekauft und du laberst mich voll mit. Probier doch mal was Neues aus. Ähm. Wie machen wir das jetzt hier am besten? Moment. Das ist hier. Das packen wir einfach jetzt hier oben hin. Äh. Wie müssen wir tauschen? Geht das so? So, damit das ein einigermaßen ordentliches Bild ergibt. Dann würde ich die Heilung hier hin machen. Hier haben wir ja sogar noch ein zweites Spray. Machen wir das so hier. Da haben wir dann noch ein bisschen Platz hier für noch mehr Heilung. Die Munition ist hier gut. Und die Handgranaten, die können wir ja... Oder die Handgranate. Eine haben wir ja nur im Moment. Machen wir so. Und so. Und so. Und hier das Schießpulver. So sieht das so relativ ordentlich aus. So. Was können wir jetzt hier mit herstellen? MP-Gewehr. 10. Und das habe ich eben wirklich jetzt erst gepeilt. Das ist für diese Munitionsarten. Und das andere ist für die anderen Munitionsarten. Das ist natürlich geil, dass wir jetzt so viel hierfür haben. Aber... Keine für die anderen Munitionstypen. Machen wir trotzdem so. Weil ich glaube, das Gewehr werde ich jetzt auch dann mal ein bisschen benutzen, wenn sie es anbietet. Machen wir erst mal so. So. Und jetzt geht es weiter. So. Ja, hier hoch. Schlachthaus. Ja, hört sich doch auch ein Land an, oder? Können wir auch gleich mal... Übrigens, ich muss noch was machen. Ich weiß, warum ich durcheinander komme. Normalerweise würde ich Sachen nicht so einzudämmen. Oder auf Schnellleisten legen, wie ich es jetzt getan habe. Ich muss da nochmal ran. Pistole. Dann kommt hier die MP auf zwei. Auf drei die Schrotflinte. Ist sie. Und auf vier das Gewehr. Quasi von nah zu fern und stärker werden. So. Wisst ihr, wie ich meine? So in der Art. So, jetzt haben wir eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So will ich das haben. Und jetzt geht es weiter. MP können wir auch noch nachladen. So. Alles nachgeladen. Alles ausgerüstet. Perfekt. Was haben wir denn hier schönes? Noch was? Nö. So. Auf geht's. Geiles Game. Macht richtig Spaß. Was denn? Erschreckt mich doch nicht immer so, Fräulein. Okay, da geht's direkt nicht weiter. Du bleib mal ein bisschen zurück. Okay, ist sicher. Okay. Ah, ja, ist sicher. Ah, super sicher. Du bleib mal so, ich hab mich voller Schrappen. Nein. Ich lasse deinen Körper dem Willen unseres Gottes. Nein. Du bist ein beschissener Missionar. Weißt du das? Oh, Allmächtiger. Gebt mir die Kraft, eure Feinde zu zerquetschen. Oh, scheiße. Leck mich doch. Ashley, weg! Okay. Wenn das so leicht wäre. Ja, sicher. Da ist ein Auge. Weg! Ich hab keinen Bock. Oh, ich weiß nicht, wie ich das treffen soll. Okay, ich hab E gedrückt. Seid ihr stolz auf mich? Nein, seid ihr nicht. Und ich verstehe es auch, weil ich es gleich wieder verkackt hab. Okay. 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 Alter, was? Alter, was soll die Scheiße? Bist doch nicht normal, Alter. Ich hab doch gedrückt, Space, Alter. Ach, Mann. Heilung! Ey, wir müssen jetzt mal andere Geschütze auffahren. Wir haben nur neun Schuss. Aber vielleicht treffe ich damit eher seine Scheiße da. Sein Kackauge. Und wir machen damit ja auch mehr Schaden. Ausprobieren. Wir teilen das gleiche Blut. Ne, das bringt nichts. Nein, das ist nicht gut. Wieder hoch. Geh wieder hoch. Nein! Was macht der denn jetzt für ne Scheiße? Ja? Oh, war das knapp. Scheiße. Ja, geil. Mitten im Kampf, in der Szene, wo er mich gerade gepackt hat, hatte ich einen Absturz. Ey. Das darf nicht wahr sein. Ganz ehrlich. Ja, egal. Versuchen wir's nochmal. Weg. Nein, will ich nicht. Das wollte ich nicht. Ach, scheiße. Er hat mich doch gar nicht gesehen. Ja. 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 Ich hab's doch gedrückt. Alter. Was ist das? Ich hab's doch gedrückt. Gib mal jetzt die Schrotflinte her. Boah, wir haben aber so wenig Schuss dafür, ne? Das ist zum Kotzen, ey. Hä? Ich kann... Ich kann... Ey, ich konnte meine Waffe gerade nicht benutzen. Ohne Witz jetzt. Ich wollte nicht runter... Oh man, Alter. Ich bin auch gerade echt überfordert, weil ich nicht weiß, was ich hier mach. Ich werde deine Freunde niederstecken. Ich werde deine Freunde niederstecken. Ich werde deine Freunde niederstecken. Brauch'n Messer. Was macht er denn da? Ich will schießen und er holt auf einmal sein scheiß Messer raus. Das muss was bewirkt haben. Ja, aber nicht genug. Lauf! Oh, ich kann's nicht. Ich drück jetzt immer F. Wann konnten die das nicht auf eine Taste legen? Als ob's das war. Niemals. Niemals. Guck mal, bist du widerlich. Das war's wohl mit deiner Stepptanz-Karriere. Alter, was soll ich denn machen? Hab die Kräutorin. Warte, 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 warte. Alter, ich habe kein Messer, deswegen glaube ich. Kann das sein? Gibt es noch ein Messer? Alter, was soll ich denn dagegen machen? Alter, ist das heftig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß es einfach nicht. Gib mal hier, ne, gib mal das Scheißding. Komm. Alter, ne, der war nicht geil, der Bosskampf. Bin ich ganz ehrlich. Also, ich fand den nicht gut. Und ja, ich sag da gleich noch was dazu. Ja. Ja, wo? Was? Wie? Ach, da. Ja, das war doch jetzt keine Aufgabe. Naja, okay. Nie dem auch sei. Niedlich. Oh, ist das warm, ey. Sie werden das Feuer sicher bald bemerken. Lass uns weiter. Ja, mach mal keinen Stress jetzt. Ich werde mich doch nicht in eine von denen verwandeln, oder? Nein, dafür sorge ich. Versprochen. Ja, wir haben übelst viel Munition für die Pistole. Ja, also was ich noch sagen will. Natürlich weiß ich, ich hätte dem auch so die ganze Zeit Schaden zufügen können. Aber ich möchte gerne solche Bosse, Endgegner, wie auch immer man das nennen möchte, auch verstehen. Die durchschauen und dann auch irgendwie, ja, cool spielen so, ne. Und ich, klar, ich hätte jetzt die ganze Zeit auch nur ballern können. Ich meine, die Munition hätten wir einigermaßen gehabt dafür. Aber irgendwie, und dann habe ich einfach mal drauf geballert und dann war er auch relativ schnell down. Weiß ich nicht. Fand ich jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Was? Ah, fick dich. Ähm. Nein, habe ich nicht gesagt. Ja. Okay. Ja, das ist dann jetzt, äh, ich habe doch eben noch, da hat es, nur weil ich hier oben stand. Ach, ist das ärgerlich. Boah, das regt mich gerade ganz schön auf, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber. Okay, dann ist das jetzt so. So, hier sind schon wieder Schätze. Okay. Da sehen wir schon mal eins. Ja. Das zweite ist doch jetzt auch gleich schon hier. Okay. Ist hier? Ah, hier ist es. Okay. Kommen wir noch mal auf den Schießstand überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja, dann, das Auge ist jetzt halt, ne? Sind wir bei dieser Burg angekommen? Als ob das... Na, egal. Hör doch mal auf mich immer zu erschrecken spielen. Und das war wirklich eben richtig komisch. Ich konnte nicht schießen und er hat auf einmal ständig sein Messer nehmen wollen und so. Das war richtig merkwürdig. Wenigstens kann uns so keiner folgen. Na komm. Meiner Maus liegt es nicht. Boah. Schlechte Genauigkeit auf einmal. Okay. Weiter. 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 Nimm doch das hier einfach. Weiter. Ah. Hallo. Luis hier. Seid ihr noch da? Ich wollte heim. Aber Ashley bestand auf einem Abstecher zur Burg. Äh, der Händler ist hier schon wieder? Ja, okay. Ah, hau! Ab jetzt! Bin ich gespannt, was er jetzt noch hat. Vielleicht doch nochmal eine bessere Pistole oder so. Obwohl, ne, davon hatten wir schon mehrere. Vielleicht noch ein besseres Scharfschützengewehr oder so. Irgendwas hat er auf jeden Fall. Machen wir, hier sind auch noch zwei Fässer. So, nochmal ein bisschen Geld. So, jetzt. Ich halte mich fest. Ah, die Arbeit ruft. Oh, ich weiß nicht. Willkommen. Ich hab was Neues für dich, Partner. Ach du Scheiße. Deine Kohle oder dein Leben. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Das ist ne Magnum, das... Was ist das? Ein halbautomatisches Gewehr. Oh, jetzt holt er ja hier die Sache... Oh, hier ist doch nochmal ne Pistole. 1,4. Oh, ich glaube, ich verkaufe die und kaufe die. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Feuerrate 1,19. Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Das versichere ich. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Ja, ich glaube, wir bleiben da, aber... Das ist, was ich derzeit habe. Ja, wir kaufen die. Ich sehe, du hast ein Auge für sowas. Bei Waffen geht es nicht nur ums Schießen. Es geht auch ums Nachladen. Du weißt sicher, wovon ich rede. Warte, nimm das noch. Kriegst du umsonst. Oh, okay. Danke. Das haben wir extra für dich aufgehoben. Was hast du jetzt hier Neues? Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Okay, wir können Spezial-Upgrade machen. Schatzkarte. Oh, die brauchen wir. Oh, ich frage mich aber, wo soll ich denn 30 Stück herholen? Wir haben doch die Aufträge, so gut es geht, auch alle gemacht. Ich glaube nicht, dass ich da einen übersehen hatte. Okay. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance bekommst, jederzeit wieder. Wir haben jetzt auch nichts zu verkaufen. Wir gehen jetzt noch weiter. Wir gucken, was hier abgeht. Schauen wir uns noch ein bisschen um hier. Aber ich mache heute ein bisschen kürzer. Es ist zu warm. Da ist doch der Typ. Ach was. Okay. Hier. Was ist denn das? Sieht jedenfalls nicht nach Deko aus. Irgendwann was. Ist das ein Katapult oder sowas? Was? Wo denn? Ja. Eine Armbrust, hm? Glaube eher nicht, dass wir Freunde werden. Das war's. Moment, Moment, Moment. Wir haben doch das Ding hier nicht umsonst gekauft. Aber ich glaube so... Geh etwas zurück. Okay. Aber so na... Doch. Hier. So, wo war das Katapult? Scheiße, ich kann das nicht zuordnen. Warte. War das hier? Hier? Ah, scheiße. Ich konnte es mir nicht merken. Aber das ist doch... Wenn das hier hinter diesem Baum ist, ist es ja Quatsch, dass wir das gerade mit dem Fernglas gesehen haben, oder nicht? Oder ist es hier? Ach, egal. Wir gehen weiter. Ich schreie doch nicht so. Ist es hier auf? Jo. Was geht denn da ab? Ich will mir einen Überblick verschaffen. Die quälen da einen. Die Schweine. Aber was ist denn hier noch? Hier ist doch bestimmt auch noch was zu holen. Nö. 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 Absolut gar nichts. Okay. Guck mal, er verletzt sich selbst die ganze Zeit. Das ist ein richtiger Psycho. Richtiger Freak. Schon wieder. Alter, geht meine Maus kaputt? Hä? Was ist denn das? Er schießt dann einfach nicht. Oh, meine... Meine rechte... Meine rechte Maustaste spinnt ein bisschen. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Okay. Das liegt an meiner rechten Maustaste. Die unterbricht es. Warum das denn? Jetzt scheint es wieder zu gehen. Alter, die ist noch nicht alt. Okay, was hat der denn hier noch? Gornix. Alter, das musst du lassen. Das ist wirklich nervig. Oh, ich dachte mir gerade noch, kann man die zerstören? Jo. Okay. So, hier sind jedoch gerade alle lang geschlichen, die durchgeknallten Freaks. Junge, ist das dunkel. Junge, ist das dunkel. Okay. Okay. Oh, okay. Äh, ich hab keine Lust mehr. Boah, ist so überhaupt nicht für mich intuitiv. Wie soll ich denn vernünftig auf die Alt-Taste drücken? Um im Fluss zu bleiben. Ich schaff sowas nicht. Ich kann da, muss ich ja Verrenkung machen. War's das? Nö. Hehe, Arschloch. Weg mit dir. Wie, noch einer? Oder hat der das überlebt? Darf doch nicht sein. So, jetzt ist aber Schluss, oder? Ach, da auch noch. Ja, willst du mich verarschen? Alter. Ach du Scheiße, so geht ja gar nicht. Ja, zeig dich doch. Oh, weil ich hier auf den Treppen bin, ist ja so am schwanken teilweise. Wir sparen uns jetzt die Munition. Wir machen das jetzt einmal anders. What? Scheiße. Ach komm. Hier, jetzt wieder. Meine Maus geht kaputt, verdammte Scheiße. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Haben wir alles? Ja. Das spreche ich jetzt schon wieder. Oh. Was geht's wieder? Was geht's wieder? Ich hab mich doch gar nicht... Nee, oder? Ja, doch. Leider doch. Boah, jetzt muss ich aber ganz in Ruhe vorgehen. Moment. Das geht so nicht. Da seh ich doch Schatten, oder? Da. Was? Macht das nichts aus, oder was? Mich verarschen. Wieso rennt der wieder weg? Hallo? Oh, da war's wieder. Habt ihr gesehen, dass... Hier! Meine Maus spinnt. Okay, das hat natürlich dann in dem Bosskampf eben auch nicht geholfen. Ah, ich hab mich schon gewundert, was da los war. Trotzdem, ich fand den irgendwie nicht geil. Boah, noch mehr Katapulte. Ich weiß aber jetzt... Egal, wir gehen jetzt weiter. Ich weiß nicht von wo. Das ist doch mal ein herzlicher Empfang. Ja, ja, mit seinen coolen Sprüchen. Hallo. Wie geht's Ihnen? Kopfschmerzen? Kann ich gar nicht verstehen. Oh, wieder sind einfach welche gespawnt. Ich hasse das. Ich hasse das. Oh, machen die das? Hey, alles klar bei dir? Ja, danke. Wo ist denn jetzt das andere Katapult? Okay, irgendwo hier. Aber da ist ja auch noch eins, oder nicht? Nee. Ich glaub schon, das haben wir nicht abgeschossen. Hier oben, das haben wir doch, glaub ich, abgeschossen, oder? Moment. Was hier? Ja. Ist da auch ein Fass, oder so? Ich seh keins. Was? Was? Hört sich gerade an, als wäre das Tor aufgegangen. Was ist das für eine Stelle hier, ey? Da haben sie aber irgendwie einen eigenen getroffen. Ich hab den nicht gesehen, ich blindfisch. Alter, ich hab den nicht gesehen. Den Schweinehund. Da ist doch noch eins, siehste. Wo jetzt? Boah. Oh, echt jetzt? Geht nicht auf. Alter, wie viele Katapulte haben die? Warte mal, wir versuchen mal was. Nein. Nee, von hier seh ich keinen Fass. Ich hab aber was ganz anderes gesehen, was ich jetzt gerade gar nicht wirklich irgendwie gebrauchen kann, quasi. Da, seht ihr es auch? Da. Ja, wir können ja dann jetzt nur hier rüber. Da müssen wir jetzt aber schnell mitmachen. Einen Schuss noch abwarten. Ach du Scheiße. Schnell, lauf! Lauf! Scheiße! Alter! Da, weil ich die Schatzkarte nicht kaufen konnte. Treffer! Ich will aber keine Munition von dem Dings vergeuden. Oh Gott. Boah, das ist fast unmöglich. Wow. So, sehen wir jetzt hier, dass... Da ist es fast. Ach komm, das ist doch scheiße. Einen. Eui-Jai-Jai. Eurer. 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 Ey, was ist das denn da mit auf sich? Alter, das war jetzt einfach nur Verdacht, ne? Ich hatte keine... Okay. Nein! Lauf! Als ob der nie kaputt geht. Na gut. Das ist Verschwendung. Dann halt so. Ich glaube, ich soll das Tor aufschießen, oder? Würde Sinn machen, oder? Machen wir das noch. Ja, ja, okay. Und jetzt? Einfach feuern, okay. Gut, dass ich sie nicht treffen kann. Alter, willst du mich ver... Du kleiner, dreckiger Hund, ey. Aus dem Weg. Danke. Jederzeit. Alter Schwede. Vor allem, wie viel Heilung eben draufgegangen ist, auch bei dem einen Bot. Und da ist ja noch einer. Aber wo? Da. Nur weg. Moment Nein Okay, gut zu wissen, wir hätten also von Anfang an das nutzen können Okay, wusste ich ja nicht Würde ich jetzt bei dem zweiten Mal natürlich anders machen Sofort hier hinlaufen und dann die Munition ein Stück weit sparen halt Ja, aber wo die blauen Scheibchen sind Oh, keine Ahnung Die habe ich alle zufällig gesehen Ich werde jetzt nicht hier danach suchen Gehe jetzt hier rein erstmal in die Bude Und gucken, was hier so abgeht Da ist noch ein Zettel, okay Ah ne, das war ja aber eine Schatzkarte Hier ist der Zettel, jetzt sehe ich die Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt So, ich hoffe, es speichert jetzt nochmal Es ist von der Länge jetzt gut Und jetzt ist es so schweinewarm Ich muss aufhören Sind ja trotzdem ganz gut vorangekommen Diese Pappnasen haben die ganze Burg mit blauen Medaillons behangen Ein verdammt unschöner Anblick Mach bitte jemand, dass diese Dinger verschwinden Auftrag alle blauen Medaillons zerstören Gebiet, Burgtor Belohnung Spinell mal 5 Fortschritt 3 von 6 Na gut, wenn die jetzt alle hier draußen sind Was sie sind Ah, weiß ich nicht Das kann aber auch lange dauern, wenn man die nicht sofort entdeckt Aber ich weiß nicht, ob ich nochmal die Möglichkeit dazu bekomme Aber wie komme ich denn überhaupt da hinten hin Das ergibt für mich noch nicht so wirklich ein richtiges Bild alles Oder komme ich da noch runter Ich weiß das ja nicht Ach hier, guck mal Da unten ist eins Oh Gott Und hier müsste es aber gehen Ja Aber die anderen kriege ich doch von hier glaube ich noch gar nicht Da muss ich ja erst irgendwie runter, oder? Irgendwo in der Richtung, oder? Ne, Moment Das ist, äh Ich weiß ungefähr wo, aber ich glaube da komme ich nicht hin Wenn, dann müsste ich es von hier sehen Es muss eigentlich direkt vor meiner Nase sein, ja Hier Ich bin zu klein Ah, ganz ehrlich Ich glaube wir gehen weiter Und wo ist das eine noch? Okay, das könnten wir noch holen Ich glaube das andere können wir jetzt noch gar nicht holen Das andere müsste ja hier Unter mir irgendwo sein Aber das sehe ich ja jetzt nicht mehr Es ist irgendwo hier unten Kann drin und draußen sein Ne, wir gehen weiter Ich glaube da kommen wir noch mal hin Ja, komm Lass gut sein Ich hoffe halt nur, dass das Spiel jetzt noch mal speichert Das wäre ganz cool Oh, oder wir können speichern Sieh dir das an Ich meine Es ist alt, aber Aber Ja, aber Natürlich sieht es trotzdem geil aus Also Ich meine Jeder war doch schon mal auf einer Burg oder Schloss oder so Und Das ist schon geil, was sie damals so gebaut haben Weil wir haben dann überlegt Wie? Womit? Mit welchen Möglichkeiten? Also Ist ja rein objektiv Äh, subjektiv Jeder hat da ja eine andere Meinung dazu Aber ich finde ja gerade alte Bauwerke Viel Mehr Seele Charmanter Schicker Als so Neubauten Also diese Verspiegelten Seelenlosen Dinger Aber das ist Ne Geschmäcker sind halt verschieden So, wir überschreiben hier einfach noch mal Zack Und dann war es das auch So Scheißmaus Da würde ich sagen Schaut gerne wieder rein Wir sagen Hab eine schöne Zeit Und ciao 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 Ciao